Wir haben tatsächlich was vergessen, Leute. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab mal nochmal das Video angeguckt von mir gerade. Wir haben echt einen Weg vergessen. Das ist ja ungeheuerlich. Und zwar sind wir doch hier hoch. Und da unten. Hier. Gibt es noch Gegner hier gepunkiert? Ne, war aber noch gar nicht. Ich hätte vielleicht mit dem Breen noch weitergehen können. Ich bin mir nicht sicher. Am Ende. Der mit Dan, mein ich. Free Dan. Am Ende geht es ja nicht mehr weiter mit dem. Dann hier und dann stehen wir da. Und dann hat man der hier. Im Grunde ist er auch ziemlich stark. Er dauert nur ein bisschen länger halt. Okay. So weit, so gut. Hier ist nichts mehr. Gut, dann können wir jetzt... Ach, Mann. Der mich ist gelitt. Oder besser Schädel. Weil ist ja gar keine Knochen dabei und so. Du wirst sterben. Ganz bitter und langsam. Hier ist nichts. Da ist die Truhe, die wir vielleicht brauchen. Hier ist auch nichts. Ach, Mann. Oh, das sind doch schon ganz schön viele Gegner. Ich würde schon gerne alles hier vollständig abarbeiten. Einer noch. Einer noch. Der kommt jetzt. Perfekt. So, was hat sie jetzt hier geöffnet? Okay, alles klar. Der Rückgang. Wo ist jetzt der Pilz nochmal hin? Da. Wie kommen wir da hoch? Okay, ganz offensichtlich von oben. Warum lädt das denn jetzt schon wieder so? Yes. Das sind die Pilztropfen. Incredible. Da oben. Da braucht man die für. Also, ich hoffe es zumindest. Sonst habe ich jetzt gar keine Ahnung mehr, wo es lang geht. Ähm. Ja. Problem gelöst. Okay, da kommen wir scheinbar nicht dran. Da würde ich gerne den für benutzen. Ja, den. Das ist die beste Option. Okay. Okay. So, jetzt kann es losgehen. So, jetzt kann es losgehen. So, jetzt kann es losgehen. Jetzt kann von mir aus auch gerne der Boss kommen. Ich bin vorbereitet. So. Wir sind hier. 21 Gegner. Oh mein Gott. So, wir gehen richtig anscheinend. So. Kommt man hier oben nochmal rein irgendwie. Von der anderen Seite meine ich jetzt. Scheinbar nicht. Okay, dann haben wir doch nicht alles gefunden in dem Raum. Okay. Doch hatten wir. Ich brauche nur dieses Pilzmittel schon wieder. Mein Stück ist doch machbar. Genau. Die Pilztropfen wahrscheinlich wieder. Genau. Die Pilztropfen wahrscheinlich wieder. So, da haben wir noch drei. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich stimmt. Wundervoll. 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 So, jetzt haben wir bis jetzt alles vollständig. Hier brauchen wir nochmal Pilztropfen. Also, das ist trotzdem im Weg. Dieses Skelett. Dann müssen wir nochmal hoch. Und da haben wir uns mal兒. Oh, 34 Gegner. Das wird ja ein Spaß. Guck mal, was wir kriegen können, ohne über diese Rampen zu sprengen. Och, Mann. Oh. 22. Bam. Die kam genau richtig. Nein, 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 nein. Okay, doch, doch, doch. Das sind die Pilztropfen. Das sind da oben noch Gegner. Ja, unten aber auch noch. Hm. Hm. Ich bin noch ganz unten rechts in der Ecke. Aua. Da rechts ist dieses Portal, das ist also irrelevant. Gut. 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 aber noch Gegner. Da macht man das wieder heil. Kommt zum Dreckigen Den. Jetzt wäre Energie ganz super gewesen. Glaub ich. Damit wir volle Energie haben für den Bus, der gleich kommt, bestimmt. Ach, acht Gegner. Das kriegen wir auch hin. Oh Gott, sind die übel. Einer noch. Noch so eine Möchtegernflöte. Ja. Ja.